Herzlich Willkommen, bin der Closer von 12. Heute werfe ich einen kurzen Blick auf die BitPhoenix Alchemy 2.0 magnetische LED-Leiste. LED-Leisten in diesem Fall, da mir BitPhoenix 2 davon gesendet hat. Ich habe um die weißen 30cm Varianten gebeten, doch ich sollte euch auch wissen lassen, dass welche in Rot, Grün, Blau sowohl als auch in Violett erhältlich sind. Zurzeit kostet eine einzige LED-Leiste rund 20 Euro. Danke BitPhoenix fürs Zuschicken dieser LED-Leisten und somit das Ermöglichen dieses Video. In der Verpackung erhalten wir die LED-Leiste selbst, die 90 Grad Brücke sowie das Anschlusskabel mit einem 4-poligen Molex-Verteiler. Specs, die BitPhoenix Alchemy 2.0 magnetische LED-Leisten sind verfügbar in insgesamt 5 verschiedenen Farben. Weiß, Rot, Grün, Blau und Violett. Hier jedoch keine RGB-Funktion an Bord, jede Farbe muss separat angeschafft werden. Was die Länge angeht, BitPhoenix bietet 12, 30 und 60cm Varianten an. Diese Leisten verfügen über hochwertige 50-50 Tri-Bright SMD 3-fach LED-Module mit bis zu 60 Lumen. Betriebsspannung 12 Volt, Winkel 120 Grad. Die 30cm Variante, die ich hier heute teste, ist ausgestattet mit 15 LEDs insgesamt, 6 Magneten und verbraucht 3,6 Watt. Wie erwartet werden die LEDs gut mit einer durchsichtigen Polyurethanhülle geschützt. Nur zur Kontrolle habe ich die Länge meiner 30cm Leiste nachgemessen, um sicher behaupten zu können, dass es sich um 30cm handelt, positiv. Mir ist hier aufgefallen, dass es sich hierbei um eine ziemlich gewöhnliche LED-Leiste handelt, kein Helligkeitsschalter oder ähnliches. Oft ist es einfacher gehalten am besten. Was mir jedoch besonders gut bei der Alchemy 2.0 Leiste gefällt, ist das modulare Kabelsystem. Der Zusammenbau könnte nicht einfacher sein. Man nimmt sich die 90 Grad Brücke und schließt diese mit einer der beiden Enden der LED-Leiste an. Diese ermöglicht uns auch bis zu 4 Leisten hintereinander zu verbinden, egal welche Farbe. Um die LEDs mit Strom zu versorgen, müssen wir die Brücke mit dem Stromkabel verbinden. Ganz einfach. Und anschließend natürlich den Molex-Anschluss mit dem des Netzteils verbinden. Ein großes Lob an Bitfenix für diesen Molex-Verteiler-Adapter. So verschwenden wir nicht unsere oft begrenzte Anzahl an kostbaren Molex-Anschlüssen des Netzteils. Zudem sollte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass die Brücke 90 Grad abgewinkelt werden kann für verschiedenste Abwinkelungen im Gehäuse. Die Leisten sind mit ziemlich starken Magneten versehen, die am Stahl des Gehäuses gut haften. Was natürlich auch heißt, dass wir die Leisten woanders hin verlegen können und sie außerdem so oft wie wir wollen wiederverwenden können für verschiedene Systeme. Ich bin froh, dass sich Bitfenix über große Gehäuse- und Kabelmanagement Gedanken gemacht hat und daher ein 50 cm langes Stromkabel beilegt. Nun, die Installation in mein System ist absolut reibungslos verlaufen. Die LED-Leisten haften am Stahl meines Gehäuses, dem Corsa 900D. Und wie ihr sehen könnt, dank des langen Stromkabels bin ich in der Lage gewesen, ziemlich gute Arbeit beim Verstecken der Kabel, die zu den Leisten führen, zu leisten und sie fast komplett außer sich zu halten. Die Tri-Bright-LEDs bieten wirklich gute, pure Farbtöne. Wie ihr sehen könnt, weiß ist tatsächlich wirklich weiß und nicht bläulich, obwohl es zwar etwas danach aussieht durch die Kamera, was aber in der Realität nicht der Fall ist. Das Licht wird gleichmäßig verstreut, was zu weicheren, indirekten Schatten führt. Etwas, das die meisten unter uns genau erzielen wollen. Die LEDs sind ziemlich hell, weder zu dunkel noch zu hell und das System sieht als Endergebnis doch relativ episch aus. Bitte entschuldigt mein staubiges System, ich habe noch keine Zeit gehabt, es zu reinigen. In der Vergangenheit ist es bei mir schon einmal zur elektromagnetischen Interferenz ausgelöst durch LED-Leisten gekommen, welche sich bei meiner Soundkarte in Form von Rauschen bemerkbar gemacht hat. Mit diesen BitPhoenix Alchemy 2.0 Leisten ist dies hier allerdings keinesfalls so. Nicht die kleinste Interferenz. Bei einem Preis von rund 20 Euro pro LED-Leiste und für das, was geboten wird, denke ich, es ist fair zu behaupten, dass es sich hierbei um ein gutes Preis-Leistungsverhältnis handelt. Ich habe hier rein gar nichts Negatives auszusetzen. Die Qualität ist hervorragend. Deswegen kann ich die BitPhoenix Alchemy 2.0 magnetischen LED-Leisten auch definitiv empfehlen. Es versteht sich von selbst Goldauszeichnung. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.